Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zum neuen Unboxing und diesmal das USB RS232 Kabel. Da ich ja schon mal ein Unboxing gemacht habe, weiß ich, wir haben C gehabt, jetzt muss es USB A sein. Die Länge brauche ich jetzt nicht noch mal, ich werde auch die Videos dichten und machen, also ich werde die hintereinander veröffentlichen, das will ich da zwei Tage warte. Hier auch wieder schöne Plastitüte, nicht so ein Billigzeug, was da jetzt schnell kaputt geht oder was weiß ich. Ach, hier ist er denn schon draußen. Soll ich noch mal den anderen? Ein bisschen dicker ist er wirklich, sagen jetzt, also minimal dicker, der USB A Kabel. Aber ich kann mich auch irren. Na, hier oben nicht. Also hier sieht es exakt gleich aus. Aber hier habe ich das Gefühl, wenn ich mir die Bienen angucke, dass der USB A Kabel ein bisschen dicker ist. Kann aber auch natürlich täuschen. Auch hier haben wir wieder die LEDs, wie beim anderen auch. Also hier ist der USB C. Hier haben wir auch wieder die LEDs. Auch hier ist wieder zum Schrauben. Ja, die geht rein und raus, die Schraube. Hier halt hoch, vor, vor und dann kann man drehen und dann wird es fest. Genau der gleiche Anschluss. Kabel scheint genauso lang zu sein. Und wir haben halt einmal USB C und einmal USB A. Ich mache aber den Kabel mal auf und gucke noch mal nach. Und wie beim USB C Video schon gesagt, ich habe leider nicht die Möglichkeit, irgendein Gerät da anzuschließen, weil ich kein Gerät habe, was das unterstützt, bzw. was diesen Kabel braucht. Aber ein Stück länger, würde ich sagen. Ich vergleiche mal. Aber ich telefoniere noch weiter rum. Vielleicht habe ich ja das Glück und erwische irgendwo einen, der noch was hat, wo man das anschließen kann, um zu gucken, ob es funktioniert. So, jetzt sind sie gleich. Mit dem Mikrofonkabel durcheinander. Ne, sind exakt gleich. Da hat mich das Auge wohl geirrt. Getäuscht. So, nun machen wir das ja alles wieder zu. Dann werden sie verpackt. Vielleicht meldet sich ja einer, der so was brauchen kann. Ich muss nochmal meinen Werkstattmann fragen. Der hat auch noch ältere Drucker. Vielleicht hat der irgendeinen Drucker, wo er das brauchen kann. PC-Mann werde ich morgen hingehen. Vielleicht hat der was zum Testen, dass ich das zeigen kann. So. Und dann würde ich sagen, dann wartet jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ja, leider kann ich mehr dazu nicht machen, weil ich habe nichts, aber auch wirklich gar nichts, was da irgendwie kompatibel ist. Tut mir echt leid. Aber nichtsdestotrotz bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin. Odin 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 Od